Um mit dem Scharfschützen von Level 18 auf Level 19 zu kommen, müssen wir zwei Gegner mit Minen und zwei mit einem Scharfschützengewehr oder Präzisionsschützengewehr innerhalb von 5 Sekunden töten. Wir müssen dreimal Beine, Brust und Kopf ohne einen einzigen Fehlschuss in genau der Reihenfolge treffen. Wie dumm ist das denn? Und auf 30 menschliche Gegner schießen ohne Fehlschuss. Das Erste wird sau dumm, das Zweite ist so ein bisschen dumm und das Dritte, naja, das dürfte keine große Herausforderung sein. Schauen wir mal, Minen haben wir hier. Wie viele Gegner haben wir da? Nur drei, leider. Der hat aber da die, der hat die Thronen. Ah, vielleicht können wir da. Hm, hm, hm. Schauen wir mal die Tarno an. Da ist Beine, Brust und Kopf, ne? Scheiße! Wir haben Gesellschaft! So, zweimal haben wir schon. Na ja, da sterben die Gegner ja nach zwei Schüssen, nach zwei Treffern. Das wurde ja irgendwann mal eingebaut. Bei Wildlands war es ein Schuss. Hier sind es jetzt zwei. So. Beine. Brust. Da war nur einer? Helikopter außer Reichweite, wir sind hier sicher. Warum war da nur einer? Sind das nicht normal? Mindestens zwei? Und alles schwebt hier in der Gegend rum. Ist es Bugpoint? Uh, da sind vier Gegner. Fünf Gegner! Oh, fünf Gegner. Hm, das bringt mich auf eine Idee. Zählt es auch als Minenkill, wenn ich die Mine durch einen Schuss explodieren lasse? Ahem. Ihr nächstes Ziel könnte alles sein. Macht euch kampfbereit. Verstanden, verstanden. Was? Feinde, wir werden angebefahren! Wer war das? Wer hat mir den scheiß Kill geklaut? Ich mache jetzt die KI-Kameraden jetzt aus. Sorry, aber das wäre es gewesen, oder? Moment mal. Oh, ernsthaft. Ich dachte die ganze Zeit, das Geräusch wäre im Spiel. Und jetzt fangen die da drüben schon wieder an zu bohren. Ohne Witz, seit zwei Wochen. Seit zwei Wochen. Den ganzen Tag. Gehämmere, gesäge, gebohre und was weiß ich. Was machen die denn da? Ich meine, es ist eine Mietwohnung. Wer investiert so viel Arbeit, Zeit und Geld in eine Mietwohnung? Die noch nicht mal in einem guten Viertel liegt oder so. Steig du mal bitte aus. So. War die zweite Aufgabe. Ich brauche neue Gegner. Man, das war perfekt. Und da hat mir irgendein scheiß KI-Kamerad den letzten Kill geklaut. Das war perfekt, oder? Wollen wir mal, ob es da rechts noch eine Patrouille gibt, die groß genug wäre. Das sind Gegner, aber nur zwei sowieso. Nein, drei. Ist noch irgendwas? Das ist... Nee. Hm. Achtung! Das war weniger spektakulär, als ich dachte. Wieder schön zu sehen, dass die Waggons nur Screenspace gerendert sind. Warum ist jetzt... Warum... Warum sind jetzt die Marker wieder aktiv? Also irgendwie heute. Ich hatte die Woche noch einen Kommentar gelesen. Ja, Breakpoint ganz cool, wenn es nicht so viele Bugs hätte. Und ich dachte mir so, ja, so viele Bugs hat es doch gar nicht. Ich stoße nur sehr selten auf Bugs. Und ich spiele ja dann normalerweise, jetzt die letzte Zeit nicht mehr so, aber relativ viel. Ja, jetzt habe ich sie alle auf einmal, so wie es mir scheint. Tja, das ist echt dumm gelaufen hier. Echt richtig dumm gelaufen. Und dass sie es da drüben anfangen zu bohren, oder... Das hört sich eher an wie eine Stichsäge oder so irgendwas. Oder ein Staubsauger, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es laut. Und es nervt. Ich hoffe, ihr hört das nicht zu sehr. Richtig stressig. Gehen wir so auf den Keks. Egal wann, ne. Das fängt von morgens an, 6 Uhr. Naja, 7. Halb 7, 7 so in dem Dreh. Bis... Ja, irgendwann. Jetzt nochmal eine Patrouille finden, die groß genug ist, ne. Oder so eine Zufallsbegegnung. Das war halt perfekt. Mann. Oh, ich bin verletzt. Toll. Hier gibt es auch nicht genug. Ist mir die Bandage vom Bein geflogen, oder... Oh. Hm. Oh, Mann. Dieses scheiß monotone Geräusch, ne. Naja. Vielleicht werden die auch irgendwann mal wieder auf. Dauerhaft. Innerhalb von 5 Sekunden halt auch noch, ne. 2. Machen wir das eben so. Himmel. Wir haben... 3. Wie soll man sich denn bei dem Lärm konzentrieren? Äh, war das jetzt 4, ne? 5. Der Scharfschütze ist tot. 7. 8, 9, glaube ich. 8, 9, glaube ich. Dort mal nach, nur zur Sicherheit. 9, glaube ich. Tja. 9, wobei die anderen beiden in dem Auto, die zählen auch noch, oder? Der eine zumindest. Also sagen wir mal 10. 9, glaube ich. 9, glaube ich. So. Generator ist aus. Das Geräusch, das die Stille macht. Ja, das höre ich. 0,9, glaube ich. Hey, nichts Verdächtiges in meinem Sektor. Ich aktiviere mal lieber die Tarnung, nur zur Sicherheit. Ist halt schon extrem praktisch, ne? Und auch wenn ich ehrlich bin, ein bisschen imbar. Wo ist denn dieser? Ach, da. Ich habe irgendwie aufgehört zu zählen, glaube ich. 10, 11, 12, 13, keine Ahnung. Wir werden hier traurig nichts finden, ja, da könntest du recht haben. Da ist mir kurz das Herz in die Hose gerutscht, als der kurz dahin und hergepackt ist. So, ich hoffe, ein Helm zerschießen zählt nicht als Fehlschuss. Da steht ja nicht Kopfschüsse, ne? Einfach nur schießen sie auf 30 menschliche Gegner ohne Fehlschuss. Und das habe ich getan. Das darf ich mit dem tollen Heli leider nicht schießen. Obwohl ich das so gerne mache. Da unten sind gerade ein paar Gegner aufgeploppt. Da hinten und da. Sicherheitshalber nochmal nachladen. Da sind auch noch drei. Pflänzchen einsammeln. Zwei. Drei. Wichtigste hierbei ist, die Ruhe zu bewahren. Denn, ansonsten. In der Hektik schießt man gerne mal daneben. Kein Risiko eingehen, wie hier auf den Fahrer zu schießen. Hey! So. Und vor allem nicht aus Versehen klicken. Oder halt den Abzug betätigen. Fliegt man wieder weiter mit dem Heli. Den würde ich gerne noch ein bisschen behalten. Wenn es geht. Die 30 müssten wir eigentlich bald haben. Solche Zufallsbegegnungen, wie wir eben hatten. Die durch einen KI-Kameraden, ja. Vereitelt wurde, nenne ich es mal. Gibt es leider relativ selten. Höhere Stimmen. Da. Nein, nicht hier die kaputt machen. Aussteigen, direkt Tarnung an. Was haben wir denn da oben? Ach, das ist die Kontrollstation Tiger 3. Nein, gar nichts. Ich werde mal weitersuchen. Oh, ist war knapp. Hier ist nichts. Ich sehe mich weitersuchen. So. Ich brauche mehr Gegner. Ich höre da unten wieder Stimmen. Aber woher? Ich sehe niemanden. Und die nächsten Gegner wird ja schon fast langweilig. Aber ich bin froh, wenn ich diese Fleißaufgabe erledigt habe. Denn mehr als eine Fleißaufgabe ist es halt nicht. Oh, das sind drei. Ich will jetzt nur ungern Alarm auslösen. Ach, Mann, das... Sag mal, das müssen doch mindestens schon 30 gewesen sein oder nicht insgesamt. Ja, nee. Ich bin nur Level Up. Toll. Das bringt mich aber nicht viel weiter. Nee, da gibt es keine Waffenbegrenzung, irgendwas. Oder zählt in ein Fahrzeug einsteigen als Fehlschuss. Ach, du Scheiße. Was haben wir? Das waren doch locker schon 30, oder? Hat irgendjemand mitgezählt? Warte mal nach. Steht ja nur, schießen sie auf 30 menschliche Gegner ohne Fehlschuss. Habe ich getan. Huh. Zug. Zug, Zug, Zug. Die Eisenbahn. Nein, ich habe daneben geschossen. Weil er gerade in dem Moment losgefahren ist. Toll. Ich nehme mir jetzt den Heli und dann... Mann. Mann. Richtig ätzend. Aber irgendwas hat da sowieso nicht gestimmt, weil es waren bestimmt 30. Ich bin schon 40, keine Ahnung. auf jeden Fall waren es viele. Oh, Baum. Shit. Nein. Das war die Sache mit dem Heli. Gut, dann, äh, ja. Tschüsschen. Man sieht sich. Schätze ich. Oh, Mann. Hui. Wo ist der? Seh'n nicht. Ich habe Hunger. Au. Da hinten ist er. Ich habe Hunger. Ich bin hungrig. Aber scheinbar haben die aufgehört zu bauen da drüben. Das ist immerhin mal etwas. Bin ich außerhalb vom Kampfgebiet, oder? Nein, leider noch nicht. Also, ich muss ehrlich sagen, diese Aufgaben hier, die fucken mich gerade ein bisschen ab, vor allem, weil die eine nicht funktioniert hat. Oder wahrscheinlich waren es bei meinem Glück gerade 29, als ich daneben geschossen habe. Dreierpatrouille. Toll. Ich brauche aber halt mindestens vier Gegner. Ich lege mich mal kurz hier hin, um die Tarnung regenerieren zu lassen, wieder aufladen zu lassen. Wenn ich hier eine Mine hinlege. Wo laufen die denn hin? Lassen die nicht gleich mal umdrehen hier. Doch. Oder schlägt die Mine dahin? Es darf nur kein Fahrzeug vorbeikommen dann. Vielleicht klappt es ja. Hoffentlich werden dadurch auch zwei getötet. Jawoll! Die dümmste Aufgabe von allen haben wir erledigt. Sehr gut. Sehr gut. So, dann haben wir schon zwei. Drei Gegner ohne Fehlschuss. Hier einfach hier einfach A-Team Musik denken. Von mir ist auch MacGyver Musik geil. Ah, wie schön. Ah, wie schön wir haben es geschafft. Die dumme Aufgabe mit der Mine. Also wenn das die Aufgabe ist für Level 19, will ich gar nicht wissen, was die Aufgabe für Level 20 ist. Da haben wir nochmal drei. Wir haben jetzt schon drei, ne? Jetzt mal versuchen wir nicht daneben zu schießen und richtig weiter zu zählen. drei, äh, vier, fünf, sechs. Da sind noch drei, jetzt werden dann neun. Dann können wir hier rüberspringen. Steht ja auch nicht da mit welcher Waffe oder so. Ne, gar nix. So, Nummer neun. Ja, da reicht die Distanz nicht aus, damit Gegner respawnen. Ich weiß, dass es in dieser Richtung noch ne Basis mit relativ hoher Gegnerdichte gibt. Zum Glück sind die Wildschweine hier nicht aggressiv. Da haben wir auch keine Junge dabei. Keine Junge. Zehn. Elf. Aber schießt, also ich muss die ja nicht töten, ne? Fällt mir gerade ein. Das heißt, ich könnte den auch einfach in den Bauch schießen. Ich traue mich jetzt auch nicht mehr mit dem Fahrzeug zu fahren, weil das eben, das war schon hat mich schon ein bisschen verwundert. Nein, mach ich lieber nicht. Wie weit ist die Basis denn weg? Keine Ahnung. Da hinten auch, du Scheiße. Oder soll ich es riskieren mit dem Fahrzeug? Ach komm, scheiß drauf. Ich riskiere es. La la la, ich bin lebensmüde. La la la, ich bin lebensmüde. Ist ja gut, ich bin ja schon weg. Ehehaw. Ehehaw. Nein, kein Konvoi, oder? Nein, das Auto da vorne ist gerade verschwunden und ein bisschen weiter vorne wieder aufgetaubt. So, wir waren bei 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nur schießen sie drauf, oder nicht? Vielleicht mal Positionen wechseln, bei 17 waren wir, oder? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Shit! Ui! Aber bei 25 oder so, ne? 26, 27, 28, 29. Ok, hab mich verzählt. Wir sind bei 30 und damit sind wir auf Level 19 endlich! Wir haben es geschafft! Nice! Oh, hallo! 23,